Da hinten, wer kommt denn da, da kommt er ja schon, der Mann mit der Sonnenbrille, da ist er, der Jäger, komm her, der Jäger steht auf, wie heißt du mein Freund Jäger? Pascal, mein Lieber, Pascal ist ein guter Jäger, bleib auf deinen Posten, Pascal, ja, zurück, schaut euch Pascals T-Shirt an, natürlich ist er ein Jäger, was ist das hier? Gut, nein, er ist ein Jäger und ein guter Jäger hat eine gute Waffe, eine deutsche Waffe von Heckler und Koch, das sind die, die ab und zu gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen, die liefern auch in den Nahen Osten und nach Afrika, damit die kleinen Kinder im Kongo Kindersoldaten spielen müssen, damit wir alle Koltan und Wolfram bekommen für unseren nächsten Handyvertrag. Einmal im Jahr ein neues Handy, ja, machen wir nochmal, ist dann geiler für die Aufnahme. Einmal im Jahr ein neues Handy, ja, freu ich mich, hier ist eine Waffe, Zivildienst, verdammt, aber sie ist geladen, du bist ein guter Jäger. Wir wollen vorankommen, der Wolf macht nun also ein Nickerchen im Schatten des Baumes, Pascal legt an, ganz kurz, es ist ein Problem, Wolf, wenn Pascal abgeschossen hat, dann bekommt er von der FDP 50 Euro. Er legt an, er zielt und der Wolf lässt sich das eine Sekunde durch den Kopf gehen und ist sofort tot. Danke, Pascal. Wir sehen uns gleich nochmal.